Das Angebot des Monats im Fliesen-Outlet in Rehlingen. Du Musche hin! Das Fliesen-Outlet hat jetzt eine spezielle Fliese, gibt es einmal in Sand anpoliert und einmal in Sand matt. Wir zeigen sie einmal hier vorne. Das ist eine etwas andere Farbe, die wir jetzt hier haben. Die ist wirklich richtig toll. Und hier ist Jean-Claude Richter. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Herzog. Grüße Sie. Angebot des Monats. Sie sind ja vollkommen verrückt, dieser Preis. Der ist jetzt nicht 39,95, wie er hier im Moment ausgezeichnet ist, sondern in diesem Monat ist er? Bei 31,95. Bei 31,95 pro Quadratmeter. Das ist eine tolle Fliese, oder? Ja, das ist eine Feinsteinzeug-Fliese. Also das ist wirklich eine 3D-Optik, das ist in einer Steinoptik gemacht und die ist fantastisch. Diese Fliese wird hauptsächlich in Wohnbereichen gelegt und komplette Bäder werden damit gemacht, Wand und halbhoch. Also es gibt sie in drei Farben und das ist wirklich ein super Preis, den wir für diese Fliese als Angebot des Monats machen. Prima. Also statt 39,95, hier vorne steht es auch nochmal, gibt es die in black, in brown, in brown, also in schwarz und in braun, in sandampuliert und natürlich in sandmatt. Format ist 45x90, korrekt? Jawohl. So und Abriebklasse, wie ist die bei der? Die Abriebklasse ist da vier. Abriebklasse ist vier. Abriebklasse heißt was? Das ist die Abnutzungserscheinung. Das ist für normale Haushalte überhaupt kein Problem? Gar kein Problem. Ist geeignet für einen normalen Bereich, Wohnbereich immer. Also ist gar kein Thema. Das heißt, die geht heute Morgen, geht da nichts ab? Jeder, der die heute kauft, erlebt die noch. Okay, das wollte ich nur sagen. Also zum Fliesen-Outlet nach Rehlingen. Und die große Frage aller Fragen, wo findet man euch? Ist leicht zu finden, oder? Ja, das ist in Rehlingen in der Nordstraße. Gegenüber Penny. Das kennt jeder in Rehlingen. Da kommt zuerst Flasche Polster, wenn man ein bisschen weiterfährt, ist Silvanus Fenster und Tür und dazwischen seid ihr. Einfach nur Penny abwarten, rechts abbiegen, dann nochmal rechts und dann sind wir gleich da. Genau, dann genau so ist es. Öffnungszeiten? Von 8 bis um 17 Uhr. Die Woche über? Ja, von 8 bis 17 Uhr. Von Montag bis Freitag und Samstag ist es von 8 bis 12.30 Uhr. Genau, ihr macht sogar die Badplanung kostenfrei. Da allerdings, wenn jetzt zu viele Badplanungen auf einmal kommen, muss man ein bisschen warten. Das ist kein Problem, aber das macht ihr auch noch mit. Und wenn auch Sie Lust haben, kommen Sie zum Fliesen-Outlet nach Rehlingen. Auf wie viel Quadratmeter ungefähr? Auf 1200 Quadratmeter. 12 Minuten haben wir eine alleinige Ausstellung. Alleinige Ausstellung und demnächst kommen noch 600 bis 700 Quadratmeter dazu. Vielen Dank Jean-Claude Richter und bis denne. Danke. 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 Danke.